ich sehe mich ja nicht muss ich sehen kann ich nicht reingreifen einfach evitieren nein mit stern symbol noch ein neues schuttle loch mit stern symbol das zweite siegel gebrochen es ist das zweite siegel gebrochen jetzt nur noch eins ach du schön ich habe euch auch gern bezieht wieder ein brief oder kein brief nicht mein brief ich habe keine ahnung was das jetzt sollte aber ja wunderbar was man hier da ist ein stern hatte muss nur stern schlüssel rein das ist ja auch nicht so schwierig ach so ok der kreis muss komplett gedreht werden das genau das hat jetzt von hier wir haben das dreieck und wir haben die kreis aber hier irgendwas trinken ich kann meine hier oben ja das kann ich noch schlüssel rein und weiter Wie kann ich das hier bewegen? Wie kann ich das hier bewegen? Was war? Ja, das ist mir schon klar. Ah, da ist noch Klammer drin. Dann ist das wieder frei. Guck mal, da ist noch Klammer drin. Aber das sehe ich nicht. Da steht nur drehen. Ja, ich würde ja gerne drehen. Geht ja nicht. Da gibt es ja nicht, was ich drehen könnte gerade. Aber wo kommt der denn her? Da muss ich nur dieses Dreieck finden. Da muss ja auch irgendwo sein. Das habe ich schon gelesen, ne? Genau, 1. Juni soll nicht mehr werden. Ich weiß, dass ich das Symbol schon mal gesehen habe. Da muss ich wahrscheinlich neue Zahnräder hin tun. Aber wo ist... Ja, wo ist... Ich habe dieses Symbol schon mal gesehen. Ja, klar habe ich schon mal gesehen. Großes Zahnrad und Gummiband. Das große Zahnrad könnten wir doch eventuell mal hierchen nehmen. Aha. Okay. Ein kleiner Schraub. Ja, den verwenden wir doch hier drüben. So rum. 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 und dafür haben wir ein guffi bahn oben darf ich nicht um mit den aktiven und mit akzeptiert nicht klar so da drücken wir doch mal eine lange schmale stahl eine art kleiner schlüssel aber bot ja wahrscheinlich ein altes foto ja nee ist klar moment rev 605 so ich glaube ja nicht dass das passt wird schon da das kann nicht passen gerade wieder da muss ich eventuell kann ich wieder unterdrehen kann ich eventuell nein kann ich ja was fehlt also schwer zu sagen was nein ich kann nicht anhalten damit kann ich den titel schon noch geboren war eine idee hat nicht funktioniert ich glaube nicht dass das hier genau schwachsinn ich auch schon hier wüsste ich nicht wo ich einstecken ich bin auch so blind ich bin ich bin ich ich bin 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 was ist das denn ein schild ein schild da war doch einer ohne ein ovaler edelstein ja klar ich tue in so eine uhr auch immer ein ovalen edelstein aber er passt ja genau da rein der übrigens oliv grün ist anstatt merkte diese uhrzeit 6 uhr fünf ne also sechs uhr genau und das dritte liegel gebrochen ha ha schöner vorstück meinst du wirklich du hättest dein können schon bewiesen ja aber ich höre jetzt einmal auf bis zum nächsten mal